Mein Name ist Lara und ich komme aus Deutschland. Gerade bin ich hier bei Barilla Bowls. Es ist echt eine super schöne Einrichtung hier. Man kann hauptsächlich mit mir Turniere stellen, aber man kann auch einfach freizeitmäßig vorbeikommen, so wie wir das heute auch gemacht haben. Ich habe es zum ersten Mal heute gespielt. Hat richtig viel Spaß gemacht. Außerdem gibt es hier ein Restaurant, ein Café und ein Bistro, in dem man essen kann. Man muss keine Angst haben, hier viel Geld auszugeben. Außerdem gibt es hier auf dem Gelände noch ein Hotel bzw. ein Resort. Man kann in den Häusern übernachten von drei bis vier Personen oder in größeren Häusern. Das nennt sich Barrick Point Holidays, falls ihr übernachten möchtet. Außerdem kann man hier auch ganz, ganz tolle Feiern oder auch Business-Meetings abhalten. Es gibt verschiedene Veranstaltungsräume, die auch speziell für Hochzeiten und die größere Feiertigkeiten ausgesehen sind. Also ich kann jedem nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen und es einfach mal auszuprobieren. Hat Spaß gemacht.